Nun starten wir mit dem Leistungsbeschrieb. Dazu ziehen wir fix fertige Artikelbausteine oder leere Bausteine per Drag & Drop auf das Dokument. Damit wir auch sehen, was wir rechnen, ziehen wir den Baustein Bild groß in die Offerte und wählen die gewünschte Bilddatei aus. Nun greifen wir zu den Bausteinen von ProCalc. Mit dem ersten Artikel wird gleichzeitig ein Kopf mit Ausführungsvarianten eingefügt. Den Artikel selber kann ich anpassen und ändere hier beispielsweise die Breite. Nun wähle ich den nächsten Artikel. Dann folgt ein zweitüriger Schrank, dann nochmal ein eintüriger. Der Sockel ist bereits mit eingerechnet, wie wir hier aus der technischen Beschreibung sehen können. Damit haben wir die Schrankelemente ausgewählt und gehen weiter zu der Sichtseite. Wir möchten ein anderes Ausführungsdetail und ändern die Sichtseite entsprechend ab. Weiter geht es mit dem Wandanschluss. Da der Schrank von links nach rechts beschrieben ist, füge ich ihn am Anfang ein und paramentiere ihn wunschgemäß. Nun möchten wir noch ein Schrankrohr hinzufügen. Diesmal benutzen wir die Suche, um den Artikel zu finden und ziehen das Suchergebnis direkt auf das Dokument. Vielleicht möchten wir zusätzliche Leistungen erfassen. Wir ziehen einfach weiter die gewünschten Bausteine auf das Dokument. Ich wähle beispielsweise einen leeren Artikel für einen Pauschalpreis, beschreibe ihn und füge einen Betrag ein. Nun fehlt noch das Total und das Angebot ist fertig. Aber ist der Schrank nicht etwas billig? Richtig, wir haben ihn noch gar nicht kalkuliert. Das müssen wir auch nicht. ProCalc erledigt das für uns. Möchte die Kundin lieber eine andere Ausführung, wählen wir einfach die gewünschte Variante und drücken erneut Kalkulieren. Die Artikel werden automatisch neu berechnet. Wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, setzen wir die Fassung definitiv. Nun haben wir in wenigen Minuten ein fixfertiges Angebot erstellt und kalkuliert. Beeindruckt? ProCalc kann noch viel mehr.